Hi, Aljoscha hier von den Pitchback Studios. Ich war eigentlich gerade dabei, den aktuellen Post abzutippen für die Studio News, hab mir dann aber gedacht, wäre doch eigentlich cooler, das Ganze ab jetzt hin und wieder so in Videoform zu machen. Und genau da seid ihr jetzt gefragt. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann lasst doch bitte hier unten einen Daumen hoch da. Und wenn die Resonanz gut ist, dann machen wir das auf jeden Fall sehr gern möglich für euch. Ich hab mir überlegt, euch zum Beispiel hinter die Kulissen des Studios mal mitzunehmen, euch so ein bisschen zu zeigen, wer da was genau macht, wer so im Team ist. Und für alle tontechnischen Sachen oder mixing-technischen Fragen gibt es natürlich die Mixing Society, an die ich euch dann gerne weiterleite. Und ja, ich bin mal sehr auf die Resonanz gespannt und dann gucken wir mal, ob wir das Ganze an den Start bringen. Bye, bye.